scannen sie den stein oder hast du schon ne den habe ich noch nicht war hier noch nicht ich komme ja nicht mal da hoch what the fuck so scheiße jetzt habe ich gerade den chat alter fuck off piece of shit damit die gekrümmte matratze der knochen meinten ja 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 Starbound Hallo Das Fleisch weich geklopft Toll Ich mag das, danke, tschüss Ich brauch länger, by the way Aber ist schon cool, dieser Exploration-Style gefällt mir eigentlich echt gut Ist das ein kleiner Pnis? Bye Bam Junge Oopsie Oopsie Was ist das ein kleiner Pnis? Was ist das? Was ist das? Nein, endlich. Klein bitches. Fuck em all. Little shits. Nope. Nope. Super. Du hast mich umgebracht. Echt? You dead? Weil du die alle geagrot hast. Entschuldigung. Ich dachte, die sterben instant so. Geagrot. Gut. Hier liegt dein Stuff, ne? Ja, was soll ich machen? Ich werde verfolgt. Was ist das für eine geile Snipergun, die du da eigentlich hast? Ebay. Ebay. Ich habe nicht gefragt, wo du die hast. Sieht aber cool aus. Ebay. Sickbay. Hehehe. Hehehe. Nein! Fuck Bay. Super. Super. Ja. 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 Ich bin. Das war der Grund. Das war der Grund. Mehr. Ich bin auf dem Seite. Nein. Ich bin auf dem Seite. Ich bin auf dem Seite. shit was bewegen die dinger die spawnen kuppert aber nur ausschließlich kupfer oder was meinst du die dinge im allgemeinen naja ja diese kisten oder was auch immer das sein sollen sie können alles möglich ist okay es war leeren für dich sure about it yes okay kitty i'm big bin zu dem anderen weil planeten Was ist der da? Gradle 2, oder? Ach ja, natürlich sterben sie nicht! Gut! Healen sie mich! Alles! Statue-Scan! Ja, dann haben wir es ja bald! Das Ding hier, kannst du auch scannen! Auf der anderen Seite auch! Das kann man mit Sicherheit auch scannen, alles fertig! Wollen wir hier zu Ende durchgucken oder gehen? Ja, wir können noch ein bisschen durchgucken oder? Also, es ist egal! Wir können auch zuerst der ollen bisch, aber hier ist ein Pfeil! Das reizt mich jetzt natürlich! Wow, wir hätten alles auf einmal durchscannen können! Jawoll! Fuck'em! Nice! Danke! Hallo! Take him! Mioink! Was? Ah, Balliest! Okay, das ist cool! Ah, Oli! Guten! Verwirrung! Jetzt zeigt der Pfeil in die andere Richtung! What is this sorcery? Ow! Oh! It's a trap! Boop! Noll! Ha! Fuck! Alter, das war ungeil. Oh, nice. Looking good. Scary Totenschädel, den lasse ich jetzt auch an. So, da drüben war ein Challengeportal und dann sind wir hier fällig. Ich schräg mich halt. Challenge. Pocket Dimension, okay, cool. Team Musik. Toll, gut, dass ich mitgekommen bin. Ne? Macht doch ein bisschen Spaß. Alter! That had to hurt, ja. Okay, wait a minute, da muss ich mich erst mal gegenheilen. Das ist hier, ah, okay, Lava. Seilen Sieben, ja, okay, das wollen wir natürlich nicht. Kacke, ja, hier ist ja auch Lava. Die auch Lava. Okay, alter! Nein, nein! Ficken! Das schön ist... Bist du draußen oder auf deinem Schiff? Das sehe ich gleich. Auf dem Schiff. Gut, dann kannst du da bleiben. Warum? Weil du hier nicht wieder reinkommst, die Tür ist weg. Okay, cool. Okay, cool. That's awesome. Fuck. Wow, war in der Scheiße. Of course. Jetzt muss ich nur zusehen, wie ich hier rauskam. Ja, big set, I'm gone. Throwing Dagger. Okay. Capture Pot. Yeah, das sucked. Pretty much. Was Mini Knock? Mini Cock? Mini Cock. Safety Helmet. Yeah. So, wait a minute. Also, cut? So, das ist… Okay, so… i associations… Ms. … … … … … … … … Okay, done Auf zur ARC Genau Outpost the ARC Teleprod